Toni, pass auf. Wir werden gleich ballern. Mach den Turm platt. Ja, wenn Kiesam immer aufhört. Als hier ist, du kannst den Turm sogar noch zerstören. Das ist das beste. Du kannst den Turm sogar noch in die Luft jagen, dass er zusammenstürzt. Gib mir bitte Bescheid, wenn du drauf ballerst. Denn dann stürme ich mal vor und renne in den Turm rein. Ich baller. Ja, wenn du los ballerst. Ich baller doch schon. Ich auch. Woah. Doch. Boah, ich hab jetzt ein komplettes Hölf-Rakate geschluckt. Ich bin mal auf dem Hocher. Das ist schon für morgen. Ja, ich hab morgen drauf. Klaus, du kannst draus springen. Und um auf den Dach lassen. Ich hab nicht auf dich geballert. Oder raus springen. Warte, ich springen raus. Halt, du bist in der Krim. Was ist bei den O... 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 Warte, lass mich jetzt... Alter, du... Was mag ich jetzt noch? Habe ich mir fast getroffen? Ich hab' den O... Ich hab' den O... Ich hab' den O... Oh, wo ist... So, wo ist der Bloofer-Typi? Klaus? Ich... Äh, was, was, was... Weiß ich nicht, frag mich doch nicht. Äh... Ich bin da einmal super gelaufen, als ich Kartoffeln spiele. Was? Du weißt, dass wir sterben müssen, als bist du das Start schaffen. Ja, genau. Stimmt. Da ist noch einer. So. Respawn. Meine Beine! Das finde ich so scheiße. Unglaublich. Oh, da ist ein Orca. Komm, ne, nehmen wir. Mit dem fliegt man einfach rein. Oh, da ist ein Orca. Okay, ja. Da fliegt man... Ah, die können die Ficker mal aufhören, mich abzude... Äh, 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 äh... Ich bin zum Blitzmularer-Fan. Ist bei uns auf dem Server nicht. Hm, keine Ahnung. Müsst du sagen. Ja, welche Waffen gibt es denn bei uns nicht auf dem Server? Buchstabier mal bitte das Wort Kock. Ich weiß, dass hinten der Knopf da ist. Den hab ich damals gefunden. Hast du es erst jetzt gecheckt? Ja. Ich hab immer gefragt... Ich hab jeden gefragt, was ist der... Was macht der Knopf Kock? Äh... Keine Ahnung. Herrlich. Ja, aber das sind solche Sachen, die baut ihr in was so ein. Und das checkt halt einfach keiner. Wie oft fahren wir... So wievielten Mal fahren wir jetzt in so einem Chassis-Frit? Tausendmal? Oh, unzählige Male. Das ist ja... Ja. Niemand hat's bisher gecheckt. Ich hab's... Keine Ahnung. Das erste Mal... Mit dem MRP auf dem Hafensänger, ne? Mit dem MRP? Okay. Ich rede mit's vom Typen. Er sagt so, ja, der E-Fütter ist so nicht illegal benutzt sich zum Jagen und so weiter, ne? Naja, okay. Dann würde ich mir das ganze Teil mal bitte angucken. Ja, müssen Sie sich hinten reinsetzen? Hinten gibt's dann, ähm... Den Cockknopf. Gibt's in den Käfig? Nee, gibt's in den Käfig. Und da schlage ich die ganzen Tiere ein. Bin ich wein? Mhm. Okay. Hab ich so ein bisschen umgeguckt. Wofür brauchen's denn die Knöpfe? Ja, weiß nicht. Die waren halt so standardmäßig drin, aha. Und wofür ist dann der Cockknopf da? Wie bitte? Welcher Kopf? Knopf? Der Cockknopf. Hä? Ach lol. Das ist keine Ahnung. Der Schwarzvergleich hier wie Fritz. Boah. Nein, danke. Ah, ich seh. Ich seh. Gut, den mach ich. Warte? Ja. Busfahrer, da geht es raus am Busfahrer. Zu, ich guck zu, ich guck zu. Toni? Ah. Du, Stück Scheiße. Wir gehen auf. Das war Matthias. Okay, den fick ich jetzt. Wir holen den, wir holen den T100 Basik. Wir machen den. Leider. Du hast Toni auch dabei. Weil Matthias steht ja auf 3. Jetzt gibt's 8000. Hat er mir einfach so... Ey, du hast auf mich gezielt. Wenn Toni nicht rechtzeitig abfährt... Du weißt, dass es schwerer ist, in einem Heli die Sachen abzuwerden, als beim Panzer. Und? Ja. Du, du maust mich auch ständig. Du maust mich auch ständig deswegen an, ja. Alter, Timo, fang mich nicht an. Krasse Sache. Soll ich ihn umbringen? Wie bitte? Soll ich ihn umbringen? Timo? Ja. Direkt vor uns also einmal drauf zu machen. Steck mich denn. Den Panzer? Ja. Kann ich den eliminieren? Was ist denn da eigentlich? So, dann drüber und dann, wenn ich mit der Gun weiter nach unten kommen würde... Nochmal... Stopp! Anhalten! Steh! Geht jetzt! Gun down! Gun down! Und Warsock down! Jetzt down! Jo! Warsock down! Wir können weiterfahren! Einer von euch! Äh... Matthias! Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn! Down! Rechte Kette down! Von was? Das? Havine! Sprengladung oder so? Panzer? Nein! Rechts, guck mal rechts, guck mal rechts! Ja, doch, dahin ist ein Panzerschmockieren mit Tank! Keine Ahnung was! Er schießt auf uns! Da ist noch bekanntes Fahrzeug! Turm 3! Habs! Haha! Hast du Enginy dabei? Loll! Ja, und Hamming, äh, Mohawk! Positiv! Ja! Wird, der, der landet, der landet! Down! Der hat nichts! So, ich bin schon auf, nicht! Wir müssen ein bisschen weiter vor, ich sehe es jetzt! Ich bin jetzt! Ne, links hab ich schon! Ja! 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 Detected! Ja, ich mach mich bereit! Wollt der abschießen! Ja, zum 3, zum 3! Eine Person, ja! Zum 3 ist einer! Zum 3 ist er drauf mit dem Launcher, Matthias! Ja, der ist hoch! Jetzt, 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 jetzt! Schießt ab! Ja, genau! Schau mal, wo ich jetzt draufschieß! Genau, da ist er! Hinter der Wand! Ist er! Ach, der ist er! Ja, nochmal 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 nochmal! Hä? Wo ist denn der? Noch ein paar? Dreht an meinem Turm! Oh, jo! Hier, der hat das einer! Äh, ich mach' einen! Da ist er! Ich mach' einen! Aber das... Wir stehen zu lang! Und die Tech, das meinte ich! Godback, vorerst es! Nein! Incoming! Nein, vom Turm 3! Da ist er! Der ist fast nie tot! Da ist er! Klieg oben, du kannst mich hier von unten wieder belegen! Der Verstandbild! Ich hab' auch grad... User, User, Joy, Joy, Joy! Ja, das weiß! Das soll's! Mohock boans! Will mich der Mohock verarschen? Bleib da liegen, warte kurz! Was ist passiert? Er liegt auf dem Dach! Der Mohock ist in mich rein! Dieser hessische Bastard! TeamHit oder was? Ja! Nochmal, nochmal, nochmal. Von der anderen Seite. Kann ich nicht. Doch, doch, wenn du die Hellkett wegrammst und von unten stupst. Alter, durch so ein behindertes Stück Scheiße. Mach den Tybi mit der Hellkett weg. Nee, wie soll ich das machen? Einfach wegramm die Pottsau. Scheiß auf den Tybi. Scheiß auf die Hellkett. Fick den Tybi. Jetzt muss ich das erst starten können. Äh, was macht der? Hey, er ist weg. Ich weiß es nicht. So. Ja, genau, von der Seite. Komm, lass mich verliehen. Ja, nein. Alter, ich hab das Ding schon dreimal geflückt. Habt ihr das, äh, Ding gelockt? Ja. Hallo? Dann hebt der Arm und völlig los. Ja, das funktioniert. Ja. Ja. Lass dich ganz falsch, bist du gefahren. Die, die ihrEle, der ist ein Schuss. Bonus, bonus. Bonus, bonus. Streck 1. Hauptsteig. Wieso bekommst du Kille, sind wir nicht? KOMIMIMIKASLE! Bist du mich verarscht? Super. Wer hat mich denn so aufgefallen? Hat dich? Das ist ja wirklich eine ganz große Spraße. Alter, halt mal einер. Scheiße. Ganz ehrlich, du bist so. Matthias, wir springen jetzt ab. Jetzt? Jetzt. Ich weiß noch nicht wofür das Gute ist, aber ja. Endlich gewinnt das Grüne Team. Völlig groß gelöst. Das ist ein Sechster, Alter. Ein bisschen Streisert. Was ist das für eine 80er Scheiße? Ja, warte, was auch jetzt kommt. Wieso nicht? Scheiße. Wer spielt die Musik auf? Wer wohl? Bitte? Halt hier. Echt so? Stopp! Oh nein, das ist doch ein witziger. Äh... Tony? Ja? T1. Doppelkäpp! Lopp'n! Hab' ich! Lopp'n! Mache... T2. Hat da jemand gerade was gesagt? Ne. Okay. Kommen wir Treppe runter, Treppe runter. Komm wieder hin, Alter. Die kommen hier hoch ran, ich lieg im Berg von Leichen. Halten. Halten. Alter, der schießt die Kalle an. Gebst du noch? Ich wurde gerade richtig gefickt. Kann ich einen rewrite? Du bist vom Turm runter gefangen. Oh, falscher Turm. Oh, falscher Turm. Tim, es tut mir leid. Du bist rübergegriffen, Vollpfosten. Hab einen. Ich bin tot. Einer ist tot. Ich belebe mich wieder. Hast du ihn? Ich belebe mich wieder. Nö. Du wolltest... ...dringen.